so und damit ein herzliches willkommen und hallo und servus danke schon mal fürs einschalten ich bin da mani und wie ihr schon seht heute wird etwas mehr storytelling auf dem kanal betrieben wir spielen eine runde walking dead und zwar gebe ich mir wahrscheinlich das volle programm das ist jetzt der erste teil bzw die erste season und ich will auch die chance dabei nutzen weil telltale games es handelt sich hierbei um the walking dead the telltale series ist ein sehr story lastiges game sehr viel storytelling story entwicklung und entscheidungen treffen und so weiter und ich werde mir vornehmen bei dem ganzen spiel mich circa so zu entscheiden wie ich es für richtig halte beziehungsweise wie ich auch mich wahrscheinlich selbst entscheiden würde natürlich walking dead wer es kennt ist ja alles zombieapokalypse und so weiter natürlich kann man schwer einschätzen wie es sein würden wie es wäre wenn man in der zombieapokalypse überleben müsste aber sagen es mal so ich denke mal dass das was hier entschieden wird eher auf die menschliche basis geht und nicht ich jetzt unbedingt auf irgendwelche unmoralischen dinge deshalb denke ich kann man die chance auch hier nutzen mich als ja kleines licht in der landschaft von youtube ein bisschen besser kennenzulernen deshalb will ich auch jetzt gar nicht mehr groß daran rumreden wir starten das spiel und ich werde hier auch nicht so viel reden ich werde zwischendrin meine kommentare abgeben aber ja genießt diese geschichte es ist echt gut ich habe es auch schon mal gespielt ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr an alles erinnern deshalb ist es für mich auch irgendwie neu eine weile her ich werde im prolog wahrscheinlich jetzt da kann ich mich noch sehr vage erinnern ziemlich einfach mal laufen lassen ohne groß was dazu zu sagen und dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel spaß wir starten jetzt ein neues spiel das sieht man noch mal einen alten speicher start 2015 das ist schon drei jahre her so sogar im august siehst du mal der anfang september drei jahre her krass egal wir fangen neues spiel an ich halte jetzt mal erst mal mein maul am anfang und ja viel spaß und bis gleich und bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß, dass du nicht hast. Ich folgte dir ein bisschen ein bisschen. Du bist ein Mekon-Jer und all. Du bist aus Mekon, dann? Ja, ich bin in Atlanta in den 70ern gewesen. Ich wollte immer eine Mörder-Kase arbeiten, wie die sanatorische Scheine, die du selbst mitgebracht hast. Mit all due Respekt. Eine wirkliche Schade, das ist. Die ganze Familie war die Regulärer in der Volkskirche, in der Stadt. Still da? Natürlich ist es. Gut. Das ist gut. Das ist ein Problem. Es ist ein Problem. Es ist ein Problem. Aber die Karte nie zutre. Es sitzt in dieser Sitzung und verraten sich zu viel, und du wirst dich verrückt. Ich habe ein Freund hier in der UGA. Du studierst da lange? Ich gehe nach sechs Jahren. Du kennst deine Frau in Athens? Du willst wissen, wie ich es sehe? Ja. 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 Es ist egal, dass du einfach die Frau in der falsche Frau verraten hast. Da. Du musst dich lernen, zu stoppen über die Dinge, die du nicht kontrollierst kannst. Ich habe diesen Mann zu fahren. Er war der Schmerz. Er würde nicht aufhören, wie er das nicht gemacht hat. Er war ein altes Junge. Großartige Augen, hinter einem Smart Folk-Glasst. Und er war einfach nach hinten. Er sagte, es war nicht ihn. Er schreien und schreien, wo du sitzt. Die Offizierungen sind nicht bereit für Incoming 216. Und vor lange Zeit, er beginnt zu schreien, wie ein Fusser Baby auf einem Flugzeug. Und ich sage ihm, er muss aufhören. Das ist die Regierung. Und ich werde ihn aufhören. Also, er beginnt. Und während er alle diese Optionen hat, er beginnt zu schreien für seine Mama. Mama, das ist alles ein großer Fehler. Das war nicht ich. Also, er hat er das gemacht? Er hat ihn mitgebracht. Er hat ihn mitgebracht. Er hat ihn mitgebracht. Er hat ihn mitgebracht, als die Kinder kamen durch die Tür. Er sitzt in meinem Auto, schreien, schreien, dass es nicht er war. Ich glaube, er hat ihn selbst glauben. Er hat sich gesehen. Er hat sich gezeigt. Die Leute werden verrückt, wenn sie glauben, dass ihre Leben vorbei ist. Ich habe einen guten guten Weg für dich. Das ist ein bisschen weniger Depressant, und ein bisschen mehr Hilariös, wenn ich sage so. In the roll! Das andere Teil... Was geht los? Es geht los. Scheiße! Oh, Scheiße! Ich sage es doch. Ich bin so faszinierend. Ah! Scheiße! Mein Knochen! Warum hat er seine Knochen ausgetaucht? Ja, bringen wir uns mal hier raus aus dem Kahn. Man hat ja schon gesehen, was da auf dem Kahn rumgelaufen ist. Achso, linker Stick. Entschuldigung. Ja, da muss man erst wieder an die Steuerung rankommen. Jetzt kommen wir raus. Der Mann hat Schmerzen. Wenn die Handschellen nicht wären, wäre es nicht so umständlich. Die heben wir gleich mal auf. Dann legen wir sie wieder hin. Da lag doch noch was. Eine Gewehrpatrone. Jetzt können wir noch mal hingehen, oder? Ja, dann lad nach. Was? Okay, das muss ja so sein. Wir kennen ja die Umstände bei Walking Dead. Jeder, der die Serie gesehen hat, oder die Comics gelesen hat, weiß ja circa, was mit den Menschen passiert. Da sind die Schlüssel. Jetzt machen wir das Ganze mal auf. Er war ja schon bleich, als wir im Auto saßen. Aber er ist jetzt noch etwas bleicher geworden. Also das ganze Spiel hier gerade, mit dem Schlüssel und so weiter, das soll einfach mal ein bisschen... und so weitergehen. Mhm, die Steuerangstin. Und zurück. nicht lange zögern wir sowas es gibt noch einen Schiff es gibt noch einen Schiff es gibt noch einen Schiff was ist das Hilfe! Hilfe! Geh' jemanden! Es ist ein Schuss! Hm, dumm! Es sind schon einige. Der Schuss hat sie auch geweckt. Zum Glück können die Viecher nicht klettern. Ungewolltes Ablängungsmanil. Gut für uns. Ja, jetzt kann er schon ein bisschen besser laufen. Und jetzt sind wir erstmal ein bisschen in Sicherheit. Gucken wir uns das mal an. Ein T-Service, so wie das ausschaut. Teacups mit some Bourbon, if I could. Hilfe! Anybody up there? Keine Antwort. Hm. Schauen wir uns mal um. Am Pool ist nix. Das ist eine Idee. Schau doch nicht so rum. Schauen wir mal nach. Ich komme in. Nicht schreien, okay? Er merkt schon, dass was nicht stimmt. Ich meine, das ist klar, er wurde von Untoten gerade verfolgt. Aber es kommt der Situation schon mit den Waffen. Hallo! Ich bin nicht ein Intruder. Ich bin einer von ihnen. Diese Leute brauchen mehr Hilfe als ich. Oh, sagt das nicht. Einmalbuch. Hmm, woher war? Vielen Dank für dich, Clementine. Und ich versuche, wir sind zurück in Zeit, bevor ihr Spring Break. Message 2. Lebt am 11.19 Uhr. Oh, mein Gott, endlich. Ich weiß nicht, ob Sie versucht uns zu treffen. All die Telefonen sind geöffnet. Sie sind nicht zu uns verlassen, und sagen uns nichts über Atlanta. Bitte, bitte, einfach weg die Stadt, und mit dir zurück zu Murrieta. Ich muss zurück nach dem Krankenhaus. Bitte, dass Sie sicher sind. Message 3. Lebt am 6.51 a.m. Clementine, Baby. Wenn Sie das hören können, telefon die Polizei. Das ist 9-1-1. Wir lieben Sie. 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 Ja, wir lieben Sie. Sie sind nicht. Wir lieben Sie sich nur mit Dirw hazeln. Ich bin kein Monster. Was ist dein Name? Ich bin Clementine. Das ist mein Haus. Hi, Clementine. Ich bin Lee. Wie alt bist du? Echt. Und du bist allein? Ja. Ich weiß nicht, wo jemand ist. Wie alt bist du? Ich bin 37. Okay. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you safe? I'm outside of my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. I can see you through the window. Wie alt ist jetzt her? Hu! Natürlich. Das ist schon das Knie eingerenkt und noch mal. Noch mal. Komm mal her, und schau, noch mal, und noch mal, nur auf Nummer sicher gehen. Kommen wir noch? Ja. Ha. Entschuldigung. Ich habe das. Ich weiß nicht. Ich denke so. Manchmal kommen sie zurück. Hast du einen? Nein, aber sie werden oft getötet. Du hast alles selbst durch das? Ja, ich möchte meine Eltern nach Hause kommen. Ich denke, das wird ein bisschen Zeit sein. Du weißt? Oh. Schau, ich weiß nicht was passiert, aber ich schaue dich bis dahin. Was müssen wir jetzt machen? Wir brauchen Hilfe, bevor es sich schmerzt. Ja, es ist nicht sicher. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Oh, guck mal. Bleib von mir. Wird, dass sie noch mal aufstehen, ne? Wird, dass sie nochmal aufstehen, ne? wir das hinkebein schön hinterher finde ich jetzt auch ein bisschen doof wir hinken uns dann ab und die kleine rennen voraus wenn sie probleme bekommt wir sind nicht dran schuld sie ist weggelaufen ach guck mal oh man damn das sucks es ist eine heiße was ist die was ist die was ich will nicht in der triehaus aber ich weiß nicht ob ich ich werde was wenn meine Eltern Ich werde nicht nach Hause kommen. Ich werde dich nicht alleine verlassen. Wir gehen zu einem Ort sicher, der nahe ist, okay? Das ist eine gute Idee. Hey, Mann! Holy shit! Don't eat us! Wir werden dich nicht verletzt. Ich dachte für einen Moment, dass du und der kleine Mann, wir beide geben uns den Schumpen. Wir brauchen Hilfe. Du versuchst aus hier? Denn du solltest du. Diese Dinge sind überall auf dem ganzen Ort. Ich habe nichts mehr als in der Nähe von der Nähe von Atlanta, 15 Kilometer zurück. Ich bin Sean. Sean Green. Lee, das ist Clementine. Ich bin Chet. Wir sollten nicht in der Öffentlichkeit sein. Wie solltest du uns helfen, und wir nehmen dich und deine Frau aus hier und nach meiner Familie. Es sollte sicher sein. Ich bin ein Vater. Ich bin ein Vater. Ich bin... Ein Nachbar. Sie Eltern sind weg. Sie sind weg. Wir gehen. Sie sind weg. 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 Meine Damen sind weg. Sie sind weg. Nein. Sie sind weg. Ich bin ein Angry-Vers. Wie solltest du das? Und wer die Serie jetzt kennt, das fällt mir nicht dran ein, wer die Serie jetzt kennt, weiß auf welcher Farm wir uns befinden. Ich will natürlich niemanden hier die Serie spoilern oder so. Ich sag nur, wir sind auf der Green Farm. Es war schön, dass Sie beide treffen. Dank Gott, dass du okay bist. Ich dachte, es wäre schlecht hier, auch. Es ist so schön, wie es immer die letzten paar Tage ist. Der Brecken nach der Straße denkt, dass seine Mare lebt, aber das ist nichts neu. Ich hätte nicht mehr zurückgekommen können, ohne Chet. Ich bin froh, dass du ihn mit dir hast. Oh, cool. Okay, dann. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Ja, es ist nicht so gut. Ich kann dir helfen. Sean, rein auf in und check auf deine Frau. Du, take ein Seat auf der Bühne und ich will, was ich habe. Schauen wir uns mal an. Ja, das ist zu schlauern. Es schlauert wie schlauert. Ich glaube es schlauert. Was hast du gesagt, dein Name war? Es ist Lee. Ich bin Herschel Green. Mhm. Herschel, Angel. Ja, auf der Straße. Ich bin auf der Straße, bis wir unsere Eltern finden. Hey, Dad. So, ich denke, ich denke, das erste Mal morgen, wir müssen die Fenze über die Farn. Das ist nicht notwendig. Ich weiß nicht, was du auf TV oder auf der Radio gesehen hast, aber es ist ein bisschen nicht wahr. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Also, mach das, was du solltest. Wir haben viele Rechte, wie es ist. Lee und die Leute in der Kirche können in der Morgen helfen. Wir müssen es tun. Wirklich. Ich habe bereits gesagt, okay. Ich bin alles fertig hier. Es wird anfangen, um morgen zu fühlen. Danke. Wenn dein Arm ist heiß oder die Schmerzen nicht runter, du bist wahrscheinlich mit einer Infektion. Was machen wir dann? Wir werden wahrscheinlich nur einen Schmerzen. Hm. Wir verpacken es, verdrissen es und du bist gut. Okay, das wäre besser. Es gibt Blankets und so in der Barne. Wir werden dich in der Kirche sehen. Kommt morgen. Welchen Weg du denkst, du hast es? Ich glaube, ich mache es. Okay, dann. Ja, da haben wir doch ihm eigentlich eine anständige Geschichte verkauft. Ein bisschen geflunkert. Es schmeckt. Es schmeckt wie... Manure. Manure? Wie wenn ein Schmerzen plopst? Just so. Ich vermute meine Mutter und Vater. Ich vermute, Clem. Wie weit ist Savannah? Sehr weit. Oh. Okay. Also was ich gerade noch sagen wollte, wir haben eine gute Geschichte verkauft. Ein bisschen geflunkert, aber auch ein bisschen die Wahrheit. Ich kann mal wieder reden. Deshalb... War das auch okay so, denke ich.